Hallo liebe Wanderfreunde, es freut uns, als ihr wieder reinschaut. Sarah und ich sind heute wieder unterwegs auf dem Saar-Hochwald-Weg. Heute gehen wir die dritte Etappe. Diese geht von Wiebelskirchen bis nach Niederlingsweiler. Die Tour hat etwa 15 Kilometer und wenn ihr wissen wollt, wie die Wanderung so ist, dann kommt mit. Wiebelskirchen bis zum Saar-Hochwald-Weg. Wiebelskirchen bis zum Saar-Hochwald-Weg. Wiebelskirchen bis zum Saar-Hochwald-Weg. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Und am Etappenziel Die Tour hat uns gut gefallen Landschaftlich war es eine Abwechslung von Welt- und Waldwegen Und die Beschilderung war auch noch top Daumen hoch dafür Wenn euch diese Wanderung bzw. das Video gefallen hat Würden wir uns über Kommentare So wie über einen Daumen hoch sehr freuen Also bis dann Ciao, ciao 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 Sarah und ich sind heute auf der dritten Etappe des Saarhochwaldweges unterwegs Diesmal geht es von Mal eine War sie richtig schön Das war scheiße